wir müssen wohl raus jetzt hier nicht voran kriegen wir das ding jetzt noch auf ja zumindest sind wir hier raus so ich würde schon sagen was ist das ist jetzt wirklich nur ja wir können nur zwei wir haben zwar gefixt aber ich schalte lassen hat nur ich halte lassen hat das nicht zu machen wir manipuliert und destroy einfach mal und haben wir also jetzt. Und. Timmy, Timmy ist da. Ok. Jetzt. Jetzt funktioniert auf einmal 3. Ich bin etwas. Ich verstehe gerade nicht genau warum. You did it. I'm at the phone. Right now. Meet me home. Meet me there. Ist so ein bisschen durch die Jute. Können wir? Die kann man nicht. Wo war das Telefon? Ich bin mir gerade unsicher wo das Telefon war. Aber die Lampen funktionieren. Also von daher. Hauptsache die Lampen. Hauptsache die Lampen. Den Rest werden wir schon irgendwie finden. Ein bisschen Holz was da liegt. Langholz soll ja Glück bringen. Ob wir Glück haben. Das ist ja immer noch das. Ne, das ist nur ein Schachspiel. Das kann man ja schon. Immer wieder atmen zum Beruhigen. Wenn. Wir haben es ja nicht eilig. Wenn. 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 So gesehen müssen wir ja nur noch das Telefon finden. Ah hier, Amazing Person is Closure, ja zumindest die Nummer richtig, Taxi get the app 50 i3 0 ob das auch funktioniert. Geil Kitchen, aber da gibt es keine Nummer zu. Ja. Wir auf der falschen Seite oder so. Wer spricht denn da? Du bist so pathetisch, Alex. Du bist weg von Realität. Was? Was meinst du? Wer bist du? Der accident sollte dich töten, Alex. Schau dich. Es gibt keine Sparke von Glück in diesen Augen. Du bist ein Verzichter, ein Verzichter. Wie du wissen, mate? Was ist hier passiert? Wer bist du? Du wirst schnell wissen. Dich sind nicht so. Ich hab ihn nicht so gesehen. Ich hab ihn nicht erwartet. Ahem. Den verstehe ich jetzt nicht. Die Quest ist immer noch, wie soll denn kommen? Aber wie und wo? Ich habe zu schlafen. Vielleicht kann ich in der Powerhouse schlafen. Ja, das war nichts. I need to call Sam. Hello? Sam, listen to me. There's something running around in the park. I don't know what it is, but it's got a knife in its hand. And it's following me. I was trying to hide in the powerhouse, but the door is locked. Oh, okay. I just saw something that looked like a key. I'm near the construction site right now. Really? Okay. I'm coming. Hide somewhere and don't move. Wir sind doch hier in der Nähe. Kann es sein, dass er hier nicht rein kann? Der steht da und wartet. Wieso wartet der? Ich finde die. Die Schlüssel ist ja jetzt weg. Der muss uns mal gesehen haben. Ja, vor allem der Schlüssel kann doch hier überall sein. Double Car, aber das haben wir doch eigentlich. Was soll denn hier ein Schlüssel sein? Was das Schleichen uns bringt? Ich bin mir nicht sicher, aber ich bilde mir ein. Wir bilden uns den Typen nur ein. Was soll den Typen nur ein. Hm. der schlüssel müsste doch irgendwo sein aber überhaupt keine ahnung wo wir suchen sollten könnt halt überall sein das ist das problem oh man die maske ist aber auch hässlich natürlich ja da kann man nicht rein wir haben auch keinen hinweis auf den schlüssel na komm wie ihr kommt jetzt doch rein beim letzten maß der vorbeigerannt jetzt bin ich ein bisschen gemobbt mein arsch also beschissener schlüssel hier überall sein könnte das ist schon echt mies das ist schon sehr gut Hau ab! Musik ist super! Ich habe auch keine Ahnung, wo der Schlüssel ist. Ohne Schlüssel kommen wir auf jeden Fall hier nicht rein. Ich würde wahrscheinlich hier jetzt nur rumirren. Ein kleiner Schlüssel und ein riesen Paar, wo man nichts sieht. Das ist einfach nur mies. Musik 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 Meine Ahnung, was meinst du? Ja. ich hab da gerade was gelesen mein freund geht mal gar nicht ok bug gefunden das ist nicht so gewollt würde ich mal sagen dass wir den zettel noch haben auf jeden fall sind wir irgendwie immer hier sollte der schlüssel irgendwo hier sein wir kommen ja nicht hoch und nichts da hat sich da was geändert ja ich würde das nur heller machen oder nicht, das spielt ja auch keine Rolle hier können wir nun so rein wo der Schlüssel ist, können überall sein ich habe den Schlüssel gefunden ich weiß gerade nicht, was ich davon halten soll ich habe den Schlüssel gefunden zuerst mal eine Nachricht hier ist ein Powerhouse hier ist ein Powerhouse Fuck off. Hello? Sam, geh in die Powerhouse. Ich werde dich hier und öffnen die Tür, als nächstes du da bist. Die Powerhouse? Ich glaube, das so gut ist. Es klingt viel zu schön, um wahr zu sein. Oh ja, klar. Das war so klar. Soll ich wirklich? Als hätte ich es gewusst. Ich war mit meinem neuen Selbst da, aber... Aber... Something... Something... Kept stopping mich. I have only bad memories from my time in that clinic. But the same nightmare made me feel worse day after day. I felt like a criminal. Oh, das war's schon. Kannst du fünf Kapitel soll das am Ende haben. Habe ich nur nicht so erwartet. Und... 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 Moment, was den Bonus angeht, ich würde mal sagen, den kann jeder selber ausfinden. Ich habe es freigeschalten und sobald der Scam dann fertig ist, könnte man vielleicht noch mal reinschauen. Ich habe es freigeschalten und sobald der Scam dann zuerst in die Musik. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020